...Gutschein zu und jetzt. Natürlich, wenn ich dich schon auf der Bühne habe, es geht ja noch weiter. Wir haben jetzt gleich die mir und seltener Dixis, denn Sie und am Abend dann, 20 Uhr, ein sensationelles Konzert, ein Open Air, ein kurzes Zwischenrede, die es gelaufen hat. Also wir sind heute äußerst zufrieden. Also wir haben seit Mittag durchgehend den Volksgarten voll mit Leuten. Wir haben den Eindruck, dass die Leute unser Programm genießen.